Hallo und herzlich willkommen zu einem Sommerferien-Video. Ich bin der Remo von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und wir haben jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen einen knapp 1500 Kilometer langen Roadtrip vor uns. Und das Lustige und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass wir überwiegend über HPC-Lader laden. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, was es damit auf sich hat, dann bleibt einfach dran und nutzt die 10 Sekunden des Intros, um diesen Kanal zu abonnieren. Viel Spaß! So, los geht's. Wir sind jetzt vollgeladen. 213 Kilometer Range wird angezeigt. 100-prozentig vollgeladen, natürlich selbstverständlich. Heute die erste Strecke geht von Berlin nach Wernigerode. Auf dem Weg dorthin gibt es in Hohen-Warsleben, Irksleben, auf dem Rasthof einen Ionity-Schnelllader, beziehungsweise mehrere gleich. Das Besondere bzw. die HPC bedeutet im Grunde High Power Charger. Das heißt also, das sind Ladegeräte, die mit CCS laden. Das ist das, was wir für einen Ioniq brauchen. Allerdings mit über 50 kW. Das heißt also, die meisten liegen so zwischen 100, 175 bis 350 kW. Der Ioniq an sich kann bis 70 kW laden. Meines Erachtens liegt die Zukunft darin, schnell zu laden und dabei spielt die Akkugröße meines Erachtens jetzt nicht so die Warnungsrolle. Wenn ich den Akku halt wieder schnell voll bekomme, dann habe ich dementsprechend die nächste neue Reichweite. Ja, also next stop ist dann Ionity. Zack, 165 Kilometer weiter stehen wir schon am ersten HPC-Lader in Hohen-Warsleben, Irksleben. Wir haben Ionity vier Stück hier vor Ort mit bis zu 350 kW, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der Ioniq schafft, wie gesagt, bis zu 70. Wir sind 165 Kilometer mit 90 Prozent des Akkus gefahren und die Ladezeit beträgt 28 Minuten. Normalerweise wären das so 40, 45 Minuten. Das heißt, wir sparen also ein bisschen was an Zeit ein. Man hört auch schon den Lüfter hinter den Rücksitzen. Der Akku ist luftgekühlt vom Ioniq. Das heißt also, der wird im Grunde mit der warmen Luft, wenn es kalt ist, von hier drinnen erwärmt. Oder im Sommer, wenn die Klimaanlage läuft, dann wird im Grunde die kalte Luft von hier draußen genommen und der Akku dementsprechend gekühlt. Freigeschaltet habe ich das Ganze mit Maingau, wie fast immer. Das Coole daran ist, dass wir wirklich immer 25 Cent zahlen. Das heißt also, ob ich jetzt hier in Brandenburg bin, in Berlin oder irgendwo außerhalb, ich muss mir also keinen Kopf machen um die Strompreise. Die sind immer gleich. Der Unterschied zu den normalen 50 kW Ladern ist, dass die Kabel wesentlich dicker sind, teilweise wassergekühlt. Man muss doch schon ordentlich wuchten, den Stecker dann ins Auto zu bekommen, weil da wirklich so viel Strom fließt, dass der dann dementsprechend einfach gekühlt werden muss, um nicht zu warm zu werden. Die Ladedaueranzeige im Auto haut ziemlich gut hin. Wir wurden also von 30 Minuten angezeigt. Wir sind jetzt hier bei 93 Prozent. Die Schnelllader laden dann dementsprechend nur bis 94 Prozent Akku, um den einfach zu schonen. Regeln im Grunde aber schon bei 80, 85 Prozent ziemlich stark runter. Das heißt also, von den maximal 70 kW sind jetzt hier nur noch 17 unterwegs. Und gleich macht's klack, klack und dann ist der Akku voll. Der erste Tag des Roadtrips ist schon vorüber. 285 km waren es jetzt bis nach Wernigerode, wo wir jetzt am Destination Charger der Stadtwerke Wernigerode nochmal aufladen werden. Das ist der einzige Lader zwischendurch jetzt mit Typ 2 am Ankunftsort. Die anderen nachfolgenden Lader werden dann alle HPC Lader sein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, die Kilometer verfliegen und verfliegen. Das macht Spaß. Ich könnte noch stundenlang weiterfahren. So, zack, ist eine Woche Urlaub schon wieder rum. Ich habe euch ungefragt mal ein paar Impressionen ins Video reingepackt. Und wir waren im Harz. Eine wunderbare, schöne Ecke von Deutschland kann man gerne mal machen. Das müssen also nicht unbedingt die Balearen immer sein. Deutschland hat auch ziemlich viel zu bieten. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Auto, was wir nochmal an der Ladesäule aufgeladen haben. Und der nächste HPC-Schnelllader befindet sich in Schreiditz an der Flughafenstraße. Mal sehen. Wir haben hier ein relativ neues Teilchen. Gucken wir uns mal an. Bis gleich. Ja, wir haben unseren Ladeplatz gefunden am HPC-Lader hier in Schreiditz. Bei Goe-Electrink stand schon drin, dass der Lader wohl irgendwie runterregelt. Ich hatte den gleichen Typ auch schon in Berlin an der Telekom-Hauptquartier-Geschichte dort. Da hat er irgendwie auch abgebrochen oder irgendwie sowas. Da muss ich auch ein paar Mal starten mit einer Fehlermeldung, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Mal sehen. Also, ja, wir müssen jetzt nicht viel laden. Der nächste Punkt ist nicht allzu weit entfernt in der Schreiditz. Also nicht in der Schreidz, sondern in Schreidz, der Ort. Da haben wir jetzt auch zwei HPC-Lader nebeneinander direkt bei McDonalds aufgemacht. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Das sind jetzt nur knapp 111 Kilometer. Das heißt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, wenn er jetzt irgendwann runterregelt. Aber schade es trotzdem. Ja, wir fliegen zum Mond, aber wir schaffen es nicht, aus so einer blöden Ladesäule mal 70 kW rauszuholen. Das ist ein echtes Armutszeugnis. Nee, also so wird das nichts mit der Elektromobilität. Ach, schön, wenn es funktioniert. Wir sind jetzt Schreidz, brandneu, zwei HPC-Lader, die hier stehen, von den Thüringer Werken. Wir sind fast auf Null gewesen, haben jetzt also knapp eine halbe Stunde Aufladezeit hier. Das geht also ziemlich ratzefatz. Alle die Ladesäulen, die ich bis jetzt angefahren habe, habe ich mit Maingau freigeschaltet. Wir haben jetzt 675 Kilometer auf der Uhr auf unserem Roadtrip und einen Durchschnittsverbrauch von 14,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. In einer halben Stunde geht es weiter nach Plech zu Fastnet. So, letzter Ladestopp in der Oberpfalz, irgendwo Ionity wieder. Wir haben Fastnet übersprungen. Wir sind so gut vorangekommen, dass ich gedacht habe, wir lassen Fastnet in Plech ausfallen. Sind jetzt knapp 170 Kilometer durchgefahren mit Klimaanlage, vier Personen voll beladen, bis nach irgendwas in der Oberpfalz. Ja, hier Ionity mit vier Ladern. Das nächste Mal werden wir dann wieder als Destination Charging im Hotel laden. Und ja, dann haben wir im Grunde schon den Hinweg hinter uns. Jetzt haben wir gerade knapp 850 Kilometer hinter uns. Und ja, ein bisschen was kommt noch. Und nachdem wir dann dort eine Woche geurlaubt haben, nehmen wir euch wieder mit auf die Rücktour nach Hause von dem Bayerischen Wald bis nach Berlin. Das Schöne bei Ionity ist, man kann wunderbar sehen, wie schnell und wie viel erlädt. Allerdings ist es leider so, dass der Bildschirm irgendwie so komisch sonnenempfindlich ist, dass ich gar nicht weiß, ob ihr jetzt irgendwas erkennen könnt. Also wir haben jetzt knapp 27 Prozent. 62 KW. Das ist natürlich schön. Eine Vollladung jetzt aktuell, wenn er fast leer ist, dauert um die 30 Minuten. Wenn ich an einem normalen 50 KW Lader stehe, dann sind das auch mal 43 bis 45 Minuten. Das heißt also, es ist schon deutlich geringer vom Zeitaufwand als an einem 50 KW Lader. Wir merken also mal, dass wir dann in den Restaurants bzw. bei den Halls eigentlich das Auto schon vollgeladen ist. Und ja, wir halt immer noch irgendwie anstehen oder auf Klo sind oder irgendwie sowas. Also sprich, die Pause könnte manchmal kürzer sein, als das Auto eigentlich zum Laden bräuchte. Ach, ich freue mich. Elektromobilität macht mir so viel Spaß. Und dieses Ganze raussuchen, dieses Aufladen, dieses kleine Päuschen machen, weiterfahren. Der Ioniq ist ein wahnsinnig effizientes Auto, wie ich immer wieder finde. Es macht wahnsinnig Spaß. Bei herrlichstem Wetter sind wir in Schönenberg. Schönenbach angekommen. Mit knapp 8 Kilometer Restreichweite, 5 Prozent, ihr habt es gerade schon gesehen, auf dem letzten Drücker hat unser Roadtrip jetzt 1022,7 Kilometer auf der Uhr. Ja, wir laden jetzt über Nacht ganz in Ruhe und dann werden wir den Urlaub genießen und nach dem zweiten Teil des Urlaubes uns auf den Rückweg bewegen, wo wir dann auch wieder andere HPC Lader noch anfahren werden, um es euch ein bisschen spannender zu machen. Ja, auch der schönste Urlaub ist mal irgendwann zu Ende. Wir haben heute jetzt an einem Sonntag eine Strecke von 630 Kilometer aus dem Bayerischen Wald nach Berlin wieder vor uns. Vier Ladestops habe ich eingeplant, drei davon an HPC Ladern, wenn alles gut geht. Mal sehen. Also viel Spaß und bleibt dran. Wir sind jetzt schon wieder am ersten HPC der Rückreise in Neumarkt in der Oberpfalz. Hier kann ich mal so ein kleines Argument widerlegen, dass Autofahren, Autobetanken irgendwie fünf Minuten dauert. Ich habe gerade mal gemessen, der eine stand alleine schon knapp zehn Minuten, um fortzufahren an die Tanksäule. Dann noch tanken, dann noch reingehen, drin eine tierisch lange Stange. Also auch selbst der Vorgang des Tankens dauert, hier zumindest an der Autobahn nach Städte, um die Viertelstunde. Ich werde jetzt nicht allzu viel laden. Ich denke mal 20 Minuten. Dann werden wir zum nächsten Ionity Lader fahren. Der ist in Himmelkron. Irgendwie sagt mir das was, aber ich weiß nicht so richtig was. Aber vielleicht war es der erste oder so was in Deutschland. Keine Ahnung. Jedenfalls fahren wir da dann als nächstes ran. Ja, bei der Hinfahrt habe ich ihn ja auch gefreut, dass wir 25 Cent bezahlen. Gestern kam irgendwie die E-Mail von Maingau, dass sie die Preise anheben zum 1.8. zum Glück. Da sind wir schon zu Hause von 25 Cent auf 35 Cent. Außer bei den Stromanbietern, die auch Maingau zu Hause haben, die zahlen anstatt von 15 dann die 25 Cent. Ich hoffe, dass es jetzt vorerst die letzte Preisanpassung war. Das ist jetzt im Grunde schon die zweite dieses Jahr. Also ich finde 35 Cent immer noch relativ fair. Insofern will ich mich jetzt da nicht aufregen. Ja, 25 wäre natürlich besser. So sieht es beim Ionity Lada in Himmelkron aus. Ja, also mir ist nicht eingefallen, womit ich das verbinde. Ist auch egal. Vielleicht sind wir schon mal lang gefahren oder ich habe es schon mal auf dem Schild gelesen. Das, was ein bisschen nervt, ist, dass die, also teilweise die Triple Lada ausgewiesen sind an den, also diese einzelnen Eon-Geschichten von Tank und Rast. Die sind schildermäßig komischerweise dran an den Abfahrtsschildern oder an den Richtungsschildern. Aber so ein Ladepark, der ist nirgendwo zu finden. Also weder auf der Abfahrt noch auf dem Autohofschild stand irgendwie drauf Ionity oder Ladegerät oder was weiß ich irgendwie. Dass man halt immer so ein bisschen komisch rumfährt in der Gegend. Die Leute gucken einen immer schon an, was man denn hier will. Mittlerweile weiß ich, dass die meistens in den hinterletzten Ecken immer reingebaut sind, wie hier auch. Aber schön wäre schon, wenn da irgendwie einfach mal ein Hinweisschild. Das reicht ja so ein Auto mit einem Stecker dran oder eine Tanksäule mit einem Stecker dran, dann weiß ich ja schon, wo ich lang muss. Jo, ne, läuft. Macht Spaß. Ich habe gerade gesehen, da hinten steht noch ein Triple von Allego. Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt auch mal Schwein. Ich block hier jetzt einfach auch mal mehr, als ich eigentlich brauche. Nein. Irgendwie hat die Säule abgebrochen. Das hatte ich bei Ionity jetzt noch nicht mit Fehlercode 50 und Fehlercode 302. Und es war jetzt so, dass es irgendwie nicht mehr zum Laufen ging, Laufen gebracht habe. Dass ich jetzt einfach gedacht habe, okay, ist gerade keiner da. Wenn nicht, kann ich es ja mal umparken. Und habe jetzt einfach die andere Säule angestöpselt. Mittlerweile, ich habe schon gedacht, mich mag keiner so richtig. Ist auch nur ein zweites Fahrzeug gekommen. Allerdings leider irgendwie ein ausländisches Kennzeichen. Das heißt also, ich habe auch hier leider keinen zum Unterhalten. Ihr wollt mich nicht. Ihr wollt nicht mit mir quatschen. Ein richtig schicker Jaguar I-Face. Ha, auch schick. Aber viel zu groß, viel zu mächtig. Und viel zu teuer. In der HPC-Folge wäre jetzt eigentlich der nächste von hier Gelegene dann in Nempitz oder bei Bad Dürrenberg. Das ist immer das Gleiche. Allerdings sollte der zum 1.7. öffnen, aufmachen. So wie es ausschaut, wo der immer noch nicht eröffnet. Ich gehe jetzt das Risiko nicht ein, fahre dann nicht hin, um festzustellen, dass der dann noch einen Bauzaun ringsherum hat. Wir werden nach Eisenberg fahren. Das ist auf Höhe von Jena. Das wäre dann im Grunde der dritte Ladestopp. Und von dort aus geht es dann weiter nach Flemingen-Ost. So, wir machen jetzt einfach mal das, wofür die Säule wahrscheinlich gebaut wurde. Dass wir die Sachen nutzen, die in der Nähe sind. Und durch den Zufall, wie wir das möchten, bei 29 Grad, ist hier gegenüber ein Freibad. Und wir nutzen jetzt nicht nur die 45 Minuten Ladezeit, sondern bleiben da wahrscheinlich ein bisschen länger. Und genießen nochmal den Sommer. Wir sind ziemlich drückend durchgekommen bis jetzt. Und gehen einfach nochmal ein bisschen baden, ein bisschen planschen. Haben uns auch verstiegen. 400 Kilometer sind rum. 200 Kilometer sind es noch. Aber sind es noch. Und ja, jetzt gönnen wir uns eine kleine Auszeit. Oh man, 1680 Kilometer liegen. Bald hinter uns ist nicht mehr lang bis nach Hause. Und die letzte Ladesäule, eine E.ON Ladesäule, hat das Blut nochmal zum Kochen gebracht. Unglaublich. Ja, gut. Also, sie wurde freigeschaltet vom Service. Alles andere hätte ich jetzt auch nicht wirklich akzeptiert. Sie funktioniert, sie lädt. Ich hoffe, dass wir dann mit nach Hause kommen. Ja, beim Freibad war es leider so, dass wir dann zum Auto kamen und das Auto nur 50 Prozent geladen hatte. Nach 20 Minuten hat es irgendwie abgebrochen. Auch ein bisschen schade. Wir haben es dann nochmal 20 Minuten laden lassen und sind dann erst los, mussten dann nochmal warten. Was ich mir für die nahe Zukunft noch wünschen würde, wäre tatsächlich wirklich eine App-Anbindung an das Auto. Hätte ich jetzt im Schwimmband gesessen und ging die App auf, ihr Auto, die Ladung wurde abgebrochen, hätte man schnell mal hinlaufen können, das beheben können und dann wäre gut gewesen. Also, in dem Fall wäre das jetzt echt sehr hilfreich gewesen. Die zweite Sache, die ich mir wünschen würde, das, was bei Tesla schon gang und gäbe, ist, dass mich das Auto ein bisschen besser führt. Momentan muss man sich selber noch hinsetzen an die Ladesäulen, schauen, welche man nimmt, wo es lang geht, welche die nächste ist, wie groß die Abstände sind. Und wenn einem das Auto sagen würde, pass auf, nächste Abfahrt ist eine Ladesäule, die kannst du nutzen, solltest du auch, weil du kommst nicht wirklich weiter bis zu deinem Ziel, was du eingegeben hast. Dann wäre das schon eine ziemliche Hilfe. Das wäre ziemlich cool, das kann ja über eine App funktionieren, das muss ja jetzt nicht unbedingt mit dem Auto verbunden sein. So eine Art Routenplaner in der Maingau-App drin oder irgendwie sowas, was dann gleich anzeigt, wo die nächste Ladesäule ist und wie weit und ob die Stationen tatsächlich frei sind. Das heißt also nicht, dass ich dann rauf fahre und unnötig rauf fahre, weil da vielleicht schon jemand lädt. Das wäre sehr wünschenswert für die Zukunft, also eine App-Anbindung und ein Auto, was so ein bisschen mehr mitdenkt. Die Dichte an Ladestationen gen Süden sind schon ziemlich hoch. Also auch das, was ich in Stuttgart erlebt habe, Richtung Westen nach Köln, jetzt Richtung Tschechien nach unten. Das ist ziemlich genial, wo es halt leider echt noch hapert, ist Richtung Berlin bzw. kurz vorher. Also wenn jetzt die Ionity-Leute sich doch mal mit einem Wempitz irgendwie mal ans Netz schmeißen können, kommen wir fast bis Berlin. Da fehlt also echt nicht mehr wahnsinnig viel, dann ist man in Berlin. Ziemlich genial wäre jetzt auf dem Berliner Ring A10 bei Michendorf, wo jetzt eine riesengroße Rastplatz geplant ist, links und rechts auf beiden Seiten. Wenn da jetzt noch so eine Säule hinkommen würde oder so ein Ladepark, dann ist man im Grunde nach Süden komplett frei und komplett offen und kann da selbst mit einem kleinen Akku wunderbar große Strecken bereisen, ohne irgendwie auf Probleme zu spüren. So, mein Fazit für die Reise. Wie gesagt, 1680 Kilometer von Berlin nach Magdeburg zum Bayerischen Wald und wieder nach Berlin zurück. Durchschnittsverbrauch von 14,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Hin bin ich mit 170, 125 Kilometer gefahren. Zurückladen lagen zwischen den Ionity-Stationen so um die 100, 120 Kilometer. Da bin ich auch mal 150, 160 Kilometer gefahren. Ein super Schnitt für vier Personen, komplett beladen das Auto. Eine sehr tolle Sache. HPC sind meine neuen Freunde. Ich stehe total drauf, selbst wenn er nur mit 63, 64 kW lädt. Also egal wie wenig ich dort angekommen bin, maximal 30, 31 Minuten war das Auto wieder bei 94 Prozent und es ging weiter. Wenn die Dichte so groß wird oder ist, dass man sagen kann, man geht halt eben bis 85 Prozent, dass man also wirklich nur den schnellen Ladebereich mitnimmt, dann ist man zeitlich noch schneller unterwegs. Wir waren jetzt nicht in Eile mit den Kindern, die eh alle paar Minuten irgendwie ein Päuschen brauchen, waren die Abstände ziemlich ideal. Also selbst mit dem kleinen Akku vom Hyundai mit den 28 Kilowattstunden so alle 150 bis 180 Kilometer eine Pause zu machen, war ziemlich ideal. Ja, das war der Roadtrip. Ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zusehen. Und ja, falls ihr Fragen habt, irgendwelche Sachen unklar waren oder irgendwie sowas, postet es einfach unter das Video. Ich werde versuchen, die Sachen dann so schnell wie möglich zu beantworten, die ihr noch offen habt. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und ja, nicht vergessen den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns auch bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.